Payment Security – reibungslose Zahlungsleistung Die Kreditkarte Dieses glänzende Stück Plastik ist das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch wie alle guten Dinge hat auch die Kreditkarte eine negative Seite – das Betrugsrisiko. Besonders bei Distanztransaktionen online oder unterwegs ohne Vorlegen der Karte. Wie können Sie sicherstellen, dass Ihr Käufer ehrlich ist, ohne ihn zu verärgern oder einen berechtigten Einkauf zu verhindern? Payment Security-Lösungen von CA ermöglichen kontaktlose Benutzeridentifikation, die Sicherheit und Kundenerfahrung gleichermaßen optimiert. Und so geht es. Wenn ein Kunde eine Transaktion einleitet, wird CA Risk Analytics aktiv. Hochentwickelte neuronale Machine Learning Modelle kombinieren und analysieren Geräte und Standortdaten und nutzen Verhaltensanalyse, Händler und Transaktionsdaten, um Betrüger zu stoppen. Wird ein potenzielles Problem erkannt, gibt es mehrere praktische Optionen für die mobile Authentifizierung, für sichere Online-Zahlungen. Und das Beste. Sie bestimmen Regeln und Risikotoleranzen und können sie jederzeit ändern. All das mit umfassendem Zugriff auf Betrugsdaten, Echtzeitfallmanagement und Berichterstattung und einem Prüfpfad, der Ergebnisse vergleicht, um zukünftige Entscheidungen zu verbessern. In der elektronischen Welt von heute, in der Kunden wie Betrüger und Betrüger wie Kunden aussehen können, benötigen sie eine Zahlungslösung mit reibungslosem Schutz, die Verluste verhindert, ohne Umsatz oder treue Kunden einzubüßen. Diese Lösung gibt es. Sie hilft bereits 13.000 Kartenanbietern und schützt über 165 Millionen Nutzer. Payment Security von CA Payment Security von CA